Willkommen! Es macht mir Freude, mit Ihnen die deutsche Sprache zu üben. In diesem Video können Sie die Buchstaben eines Wortes ordnen. Ich hoffe du magst es! Zahn Frost Lebhaft Fabrik Geblüht Lehin Minze Kratzig Befreit Winzig Knochen Zahn Ofen Sparsam Mia Sofä Sofä Liss Schweben Knall Anteil Archiv Füße Virus Chor 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 Och Chor Chor Banane Steigen Vielen Dank, dass Sie sich das Video angesehen haben. Vergessen Sie nicht, die deutsche Sprache zu üben. Bis bald!